Und weiter geht's zum zweiten First to Ten. Steht 1 zu 0 für Spastrik. Die Macht wird schrägen nach dem Patch. Für Hank. Ach ja, der kleine Patch noch. Die Light-Syser-Kicks werden schneller. Ja, aber das ist ein Geruch. Der Halsim wird gebaut. Ja, ich bin übertrieben. Ja, das sieht man. Weil er Baby-Glauben ist. Das ist eine Patch-Liste, gell? Ja, aber noch ist nicht offiziell Ashton 20, dann sieht man die offiziellen Patchen aus. Habe ich jetzt wie übertragen gemacht? Oh, naja. Ja. Warte, ich hab's. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Grab Priority vom Highest Egg. Das sind dann nur die Birdies. Was ist das eine Overhead-Crosser-Crosser? Oh, okay. Oh, okay. Brush-Galler. Ruhe. Alter, kriegst du mal aufhör zu werfen? Hallo? Aaaaah! Ottomund und Geil hat auch was. Achso, auch weniger Balken. Der Wunder hat noch zwei Balken. Hey! Ja! Boah, was hab ich denn wissen, was ich versucht, das... Alter! Unbedürdig! Ja! Geil Masch! Masch to win, Alter! Ich hätte euch gedacht, das trifft mich vorher. Oh! Fight! Oh! Oh, was ist denn das für ein Fick? Was war das? Ah, steht 1-1 hier. Ah, was ist denn das? Ah, was ist denn das? Ah, was ist denn das? Oh nein, ich habe dich. Ah, was ist denn das? Im Dash? Nein, Naden-Dash! Joll! Du hast schon, dass das Leid... ...geutzt dann sehr. ...geutzt dann... NOOOOO! Fuck! Das ist... im Moment. Was? Ah, was coisa gett om? Was? ... ... ... ... ... Was ist das? Fuck! Nein! Warum fragt es mir keiner? Der hat Meter, Mann! Hallo Zuschauer, schreib bitte, wer der Meter hat. Jetzt so weiße Brocken noch 1 Meter zum Dienstagern. Ich komm gar nicht, guck, ich bin schon tot wenn ich V-Trigger hab. Die braucht echt 2 Beispiele, ey. Weh, das kriegt die nicht, ey. Wenn ich nie wieder ein Wort mit Käpschen bekomme. Die ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. Ich bin schon wieder ein W-Trigger. Ich bin schon wieder ein W-Trigger. Ah, mach ich! Ah, dieser Cross-Up! Das ist bisher nicht genug, du hast keine Chance! Das Möhrchen kriegt einen Cross-Up! LOL Toll! Oh, wir schlafen! Ich hab doch in die richtige Richtung! Oh Gott! Was war das? Ich weiß nicht, ich hab keine Ahnung! Error 404, Brainerd, Faunt! Ah, jetzt ist Schauer, es geht gleich! Das macht die Stage! Oh Gott! Sog's up! Ah, komisch nicht kieb! Nein nein nein... Ich wollte es tunischen, ja? Und dann kommst du dann mit so einem V-Trigger-Hexerei-Zauber-Muss. Oh, was noch krass ist bei Ryu, sein V-Trigger ist nicht mehr groß. Doch, achso, der V-Trigger nicht, aber der kriegt übel smooth Prioritäten. Oh, was noch krass ist? Ha! Fuck you! Alter! Ich fahre in Pressure-Game, Bruder! Puck dich dazu, ey! Dann wirst du dich, wenn der Light-Low-Kick aufträgt. Alles gut! Ich bin nicht mehr, wie auch was! Oh, das ist gut! Los! Oh! Off-the-range! Oh, no! No! Ja, voll! Stuck, du mein Gehtsohn, Alter! Ja! Ja, genau! Wuh! What up! Ich spüre meinen Zorn! Das heute halt echt, what up! Was ist denn da? Was ist denn da? Oh! Nein! No! Fast mit vollem Milch! Nein! Ich kann nicht vergessen, dass wenn man unten hält, Schlage dann nur schräg brauchen... äh... ...drücken braucht. Eigentlich voll wichtig. Lol, ich bin gleich gejumpft! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Was ist das? Ich bin so doof. Oh, Gott! Oh, Mann! 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 Was? Das ist zu fudge! Was? Oh, Mann! Ich hab halt versucht noch zu springen. Ich hab ihn mit ihm, aber ich habe ihn nicht so viel. Ich habe ihn mit ihm und ich habe ihn nicht so viel. Oh, ich habe ihn mit ihm und ich habe ihn. Das einzige Grund, wie bei Nashish, der kann nach seinem Overhand keine Combo-Wanzen. Oh, du bist so schnell, ey. Ja! Ich hab die einzige Waffe, die sie ist. Ich hab die Ere-Rustle gemacht. Oh, Flach! Was hab ich da? Komm ich nicht nach Hause aus der Ecke? Round two. Fight! Ich hab die Ecke. 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 Ah, das ist das ähnlich. Nein! Frei! Marf! Marf beißen! Oh, das kommt ein bisschen aus. Oh, das ist das. Baa, Enta, du Krasstotter. Waaat the fuuuuck! Ahhhh! Er, du weak! Onze ein. Um, das geht. Das geht. Oh, das geht. Oh, das geht. Was? Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Was? Du warst in recovery from landing. Was? Du warst also in die vier von landing und dann hab ich euch hier gemacht. Du warst. Crush counter. Crush counter. Du warst. Du warst. Nooo! Du warst. Ah, shit! Das könnte man echt gar nicht machen. Was ist der? Oh Gott! Ich weiß nicht, wie das sich noch auffängt im letzten Millimeter. Der ist doch die Zeit. Du warst. Boah! Ich bloppe noch nicht wieder. Du spät. Was? Wo bin ich schneller? Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Oh, das ist wirklich gut. Oh, okay. Oh, okay. Okay, schau. Wo bist du? Boah. Boah. Aber ein Overhead trinkt das nicht so schnell. Der braucht aber nicht. Das wird's nicht sein. Das wird's nicht sein. Boah. 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 Was? Combo gedrafft. Ich glaub's nicht. Loil. Null. Null. Verstörer. Null. Ach ja, ein Metagame wird auch reduziert, gell? Du kriegst nicht mehr für schnell Meter. Der ist eigentlich überflüssig. Woher? Jetzt gehen wir los. Da geht der los. Null! Bye-bye, Arsch! Guck, wie sich die Trigger hat. Bist du entweder du tot oder ich? Aber meistens ich. Das verträgt sich nicht mit ihrem wenigen Leben. Ja, das verträgt sich nur... Wer meischt denn da? Welcher normale Mensch? Das ist voll krass. Das ist voll krass. Ey! Alter! Was war das für nötig? Kombo getrunken, dann nächte Scheiße. Das ist voll krass. Gut, in Schaden. Zu viel macht bei mir eine Standard-Kombo. Was war das? Was war das? Super, habe ich. Knochen! Okay. Oh, das muss ich noch mal machen. Das war's mit mir. Es hat dasCK gemacht. FF2 Ego! Nur wegen der eigenen Scheiß-Kombo, die ich vorher gebrotht hab, ey. Ah nur wegen der. Und dann nur mit dem Chip ausführen. Ey. Nooo. Oh nein. So kein Geschmack. Ich bin gerade durch deinen Dash durchgetasht. Wo? Wo? Das ist ja nicht fertig. Das ist doch vor. Dein Ernst? Wo war's? Hier her. WTF? Du spielst zu viel von Brave. Small, Alter! Overkill! Keine Gnade, aber schau! Das war doch 51 Hinskill, aber... Zumal bei Marvel, das ist Capcom. Wir haben einfach random mal die Flamme gemacht, Alter. Mh... Alter, ich glaube nicht. Wunder! Zwar so guter Eko-Fortis, ich krieg eins ab. Egal! Das war, boah, ich... Ich bin ja nur gekommen und ich scheiß drauf. Ja, fuck it! Ja, boah, ich bin zweifach seitdem, bis jetzt. Ja, guck mal! Der Schaden! Guck mal! So in der Hälfte von deinem Schaden, den Balken hätte ich Retrigger gehabt, ja? Das ist total Schwachsinn! Drei Balken für den Buki ist einfach zu viel. Ja, ich denke mal, das tun die schon... Ja, ich hoffe! Okay. Oh, okay. Da, mit der Fallschicht. Da, mit der Fallschicht! Wunderbar! Ja, das ist die Lechten! Hm... ...und dann mal... ...und dann mal... ...und dann mal... ...und dann mal... Ich wollte dich mit Schäbigen! Uuuh! Alter Oh Einen kleinen Fehler gemacht Minimal, mit halbem Life Ja Und ich bin tot? Weg? Ich bin einfach weg Einmal falschen Gedanken gehabt Das ist aber jetzt gegen Mika Ja Ja, ich bin tot Ah, ich Oh, fuck What the fuck What the hell? You the wolf What the fuck? What the fuck Oh 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 What a damage! Oh 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 Was ist das? Das war... Los! Oh Gott! Hallo! Oh, ich bin Bock! Ich lebe doch! Ich will leben. Oh Gott! Oh Gott! Das ist ein Gänzen einfach mal. Das ist ein Gänzen! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Hättest du nicht so viel Scheiße gemacht? Der hat zweimal in der Runde keinen Jax in der Luft gemacht. Verstehe ich dann. Ja, weil kein Meter hatte ich. Ich hatte drei Mal. Ja, lüge mich. Jetzt nicht mehr. Guck, nur bei. Alter, du bist so ein Buckmasher. Du bist so ein Buckmasher. Kommen Sie zu. Okay. Ja. Und jetzt. m drin. Und dann. Ja. Ich habe gefeiert. Boah. Oh mein Gott! Tja, Magneto-Range, die wohl nicht, hä? Einfach so, wie du kommt reingehen. Die Magneto! Irgendwas war krass in der Kombo falsch. Ich gewinne noch! Lacher! Oh nein. Gehst du mehr vor.. Das war's für heute. Oh, die Reichweite! I don't know if I'm on showdown, he can get aped today. I don't know if I'm on showdown. I'm on showdown. I'm on showdown. I'm on showdown. 9-9, Patrick. I win. I have to win. Oh dear fuck, this is shit. Oh. Oh dear fuck. Was? War klar, dass du mash. Alter, wenn die Bombe liegt, masht man doch nicht. Warum machst du sowas? So viel Schade. Was muss denn richtig geraten? Ja, die guten Cross-Ups. Okay, machen wir noch ein First to Five. Und dann machen wir was anderes. Also, ein First to Five noch. Five wins, cruise three. Glaubst du nicht? Ja, dann habe ich mein Comeback gezündet, hey. Ich werde mit Season 2 jetzt nur noch Casual-Matches machen. Nix mehr online. Ja, ich habe halt Season 2. Eine Woche noch. Und mit dem Season Pass hat man was ja an. Ja, die Premium-Kostüme. Die Dings und was Helles. Was sehen wir denn? Was sehen wir denn? The Grid. Oh, natürlich. Ich habe die Weihnachtssation in der Serie. Ich muss, glaube ich, nicht nach dem Preis von... Dings fahren. Äh, 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 äh. Kennst du das Gefühl, wenn du auf was gespart hast und dir das endlich kaufen kannst? Ich auch nicht. Das könnte wohl nicht mal von früher und das da einfach geträgt. Genau. 900 Euro, das erste Mal. Es ist nicht mehr. Oh mein Gott. Auf der Existenz-Matte. Ja. Das ist Nix mehr. Ich habe zu sehen. Warum ist das gehört? Bist du diese? Und dann? Das ist Nix? Das ist Nix. Wohh Das wirkt. Dethut wie meinst du Dinos wirst du nicht hier. Das hat ich gewohnt. Oh Not quite punch The World of Part 2 can't meet a football game The World of Part 2 can't meet a football game I need a meter I don't need a meter The Buki's using the meter cannot be Hecht! Alter, hier kommt mir Blöda! Woa, der Damage! Come back time. Boah, dann nützt du den schnellen Dash. Guck mal, wie wenig Schaden ich mit 2m V-Trigger gemacht habe. Gerade so habe ich dich besiegt. Ein drittert vielleicht. Aber gerade so welcher Motto. Das du da Mesh, Alter. Mesh keine. Natürlich Mesh, doch. Natürlich. Wo? Oh Gott. What the? Ich wollte irgendwie meinen Ulti machen. Aber irgendwie gar nichts. Du Bastard, Alter. Irgendwie ich es gerettet habe. Mit dem billigsten Scheiß drin. Oh mein Gott. Oh mein Gott. 2. Das war geil. Ich so... Oh. Fucking episch skill like, Alter. Ich wusste gar nicht, dass du das aus Mutual Jump machen kannst. Ich hab Zeit gedrückt und gehofft. Gebetet habe ich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hehehe. 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 Warum dreht sie sich mein ganzes kleine Tumbo mit dem Display? Nein. Ja, die hatte echt nur kleine Inputs. Merke ich selber, wenn ich gegen die so viel Spiel. Und die Kali hat auch voll die Winzige. Ja, übrigens. Gensensensens, Gensensensens. Oh! Oh! Oh man! Schön! Epic-schick! Hakuna Matata, also. Da wird er zwei zu uns. Oh, okay. Alright, Kompagator. Nein! Ich bin voll im Meter gestorben. So bin ich die Ersten in der Reihe... Kanonkugel. Du wirst 10 Jahre Training hintergeben, kommst du in die Schlacht und wirst einfach durch so eine Bärenfalle ausgeschaltet. Oh man... Oh man... Oh man... Oh man... Oh man... Oh man... Was war das? Jaaaaaa... Vernichtet... What the... What the... Air... Kick... R-Jet... Nein, der ist wirklich schnell. Boah, Alter, die Priorität, ich kann da nirgends dazwischen schlagen. Nutz... Ich hab kein Meter mehr mehr. Sch... Final round... Fight! Alter... Wie schaffst du denn? Alter, warum müssen wir ja einen Faferfein halten? Alter, nooo... Nein... Ich hab nur im Rückwärtsgang gekickt, ey. Alter, du schlägst... Du hast keinen 3-Frame-Move, ja? Du schlägst aber... Du bist nur... Ich nehme meine Frametraps rein, ja? Nein! Nein! Du hast mich verstoßt! Ich verstoßt! Ja! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was war das Glück? Ich habe keinen mehr Glück! So ein hässchen Modeling! Ey, warum fliegt der da schon? Oh mein Gott! 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 Weiß ich denn da wissen, ob das volle da hinten ist? Ja! Du kannst schon raten! Ja, dann raten mal schön! Der gibt's einen Trick! Der fische immer vorne! Das sei denn, ich mache zwei, drei Mal! Nee, das kannst du raus machen, die durchdashen, doch nur von vorhin dashen! Ja! Ja! Du bist da! Ja! 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 Wir werden es bet Mirror-Man hat. Ja! No, 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 no... Was ist das? Was ist das? Wow! Au! Du hast voll wagen, den Leben ist zu gefährlich. Du hast jetzt nichts mehr. Ich muss jetzt schön basen. Jetzt hört recht raus mit dem Gimbelse. Du hast es nicht mehr. 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 Ich stecke mir kurz nach hinten. Ich stecke mir kurz nach hinten. Oh mein Gott, der ist verkehrt. Oh mein Gott, der ist verkehrt. Nein! Ja, gewonnen! Feel free to subscribe. Vielen Dank für's Zuschauen.